Seit vielen Jahren ist der ZDF Fernsehgarten ein fester Bestandteil des Sonntagsprogramms. Doch an diesem Wochenende fällt der Sendeplatz der beliebten Show plötzlich weg. Der Fernsehgarten wird aus dem Programm genommen. Am 28. Juli wird keine neue Folge mit Andrea Kiewel ausgestrahlt. Stattdessen übernimmt das ZDF die Berichterstattung über die Olympischen Spiele, die am 26. Juli mit der Eröffnungsfeier in Paris beginnen. Ab 8.15 Uhr startet bereits der sportliche Tag beim ZDF, beginnend mit Badminton. Die Übertragung endet erst um Mitternacht. Schlagerfans kommen an diesem Sonntag also nicht ganz auf ihre Kosten. Auch am 11. August fällt der Fernsehgarten wieder aus. An diesem Tag zeigt der Sender den 16. Wettkampf sowie die Schlussfeier der Olympischen Spiele. Komplett auf ihre Lieblingsshow müssen die Zuschauer aber nicht verzichten. Am 4. August kehrt der Fernsehgarten nämlich wie gewohnt zurück. Am 5. August kehrt der Fernsehgarten. 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 Am 6. August kehrt der Fernsehgarten. Am 5. August kehrt der Fernsehgarten. Vielen Dank.